Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play World of Things Blitz Folge 61 Erstmal kurz Update, ich habe zwei neue Panzer, Waffenträger auf Panzer 4, schreckliches Teil und den Centurion 7-1, ein noch schrecklicheres Teil Warum das so ist? Nun, der Waffenträger auf Panzer 4 ist an sich gar nicht mal schlecht, muss ich aber einfach sagen Ich habe jetzt noch die 12-8er vom Waffenträger, Quatsch, vom Rheinmetall-Bossi-Waffenträger drauf Problem ist, Turm dreht sich sehr langsam, der Waffenträger ist auf Panzer 4 höher, also hat ein höheres Chassis als der Rheinmetall, kann somit leichter entdeckt werden und kann weniger gut in Deckung gehen Und das Geschütz kommt nicht runter Der hat ein enormes Problem, das Geschütz runter zu kriegen Man kann damit nur sehr schwer zielen, wie ich finde Dann die 12-8er vom Rheinmetall hat, obwohl sie eigentlich eine Packe ist, die auch recht genau ist Verzieht sie doch recht genau, also man schießt innerhalb des eingezählten Kreises überall hin und nicht dahin, wo man eigentlich treffen will Weshalb ich mir dann jetzt überlegt habe, dass ich mir dann doch die 12-8er L61 hole Die dann auch nur 460 Schaben macht, aber noch ein bisschen schneller schießt Ein ganz bisschen und mehr Durchschlag hat So, Centurion 7-1 Außerdem wird nochmal was richtig Gutes, das weiß ich so Kriegt nochmal 200 PS mehr Dreht sich dann auch nochmal 2 Grad pro Sekunde mehr Dann das Geschütz hier, kostet 56.000, ist also ziemlich teuer Und schießt nur ein bisschen schneller, ein ganz bisschen und ist ein bisschen genauer Ansonsten nichts verändert Ansonsten fährt man die ganze Zeit mit dem Geschütz des Dingens, des Centurion 1 rum Und das kann auf Tierzähne doch schon deutlich werden, dass man halt nicht durchkommt Dann der Turm 30.000, ein bisschen bessere Sichtweite und der Zielfasser geht um 0,1 Sekunden runter Ein bisschen mehr SP und dann das Gute, das Geschütz schießt dann viel langsamer, hat dafür dann aber auch mehr Durchschlag Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg Ich denke jetzt für die erfreulicheren Nachrichten Ich habe mit dem T95 Panzer ausgeschafft In einem zweiten Gefecht fast 6.000 Schaden Aber mit dem läuft es gerade ganz gut, deswegen werde ich den jetzt auch mal fahren Mir fehlen nämlich auch unter 20.000 bis zum T110E3, meinem ersten Amizener Ja, und der ist ja dann auch wie bekannt sehr böse gepanzert Nur hinten ist es problematisch, da darf man kein Panzer mit HE-Durchschlag ran kommen lassen Ansonsten sieht es doof aus, vor allem nicht den Tore-Stern Den spielen ja sowieso alle ziemlich viel mit Hash, also HESH Den Premium HE Ihr wisst ja, ich lehne Premium Munition ab, aber ich kann auch verstehen, dass man den Tore-Stern mit Hash fährt Ansonsten macht der auch keinen Spaß Ja Aber das ist das Problem mit dem T110E3, T110E4, T110E5 Allgemein alle Amizener, die sind hinten ziemlich schwach gepanzert Das zum Beispiel, dass der Tore-Stern mit Hash Aber ich glaube auch, ich meine auch mit normalem HE hinten durchkommt Und ihr wisst ja, wenn der Tore-Stern mit einem mit HE trifft, nicht so schön Ich merke gerade, ich bin mal wieder das allerletzte Objekt 268, IS-7, der ein bisschen Leben verloren hat Bei uns hat nur der Leopard PTA einstecken müssen, da war das geht Jetzt ist auch die Gleide 15 davon Warum hat ein PTA so langes Geschütz, das sieht man jetzt erst aus der Distanz richtig gut Was für ein enorm langes Geschütz die haben Okay, Kinderchen, jetzt will ich auch mal Da hat einer HEAT geschossen Ich will auch mal Leute Will auch mal Das war wieder HEAT So Schönes Ding Sehr schön Der hat uns insgesamt doch ziemlich böse einstecken müssen Geht da weg Leopard Okay Irgendwer nimmt Basis B ein, irgend so ein Flegel Und nachgeladen Ich denke, ich stelle sich einmal hier in Basis C unten rein und nehme die ein Zumindest versuche ich es Ich habe ein paar PTA da drüben, der hat aber einen kleinen Turm drauf Ob das jetzt zwangsläufig hat, ob das jetzt heißt, dass er auch ein kleines Geschütz hat, weiß ich jetzt nicht genau Jedenfalls hat er 100 SP weniger als normal Hallo Sehr schön Nun denn, da war er mal Naja, ich hätte jetzt einmal das Objekt umnieten müssen Naja, Chance vergeben Aua, aua, langsam werden sie ja frech Okay, das Objekt haben wir 631 Sehr schön Hier ist nur noch der vorhin erwähnte Leopard PTA Ich habe keine Ahnung, obwohl A, der wird wahrscheinlich am Basis A sein Auf jeden Fall ist er auch in Schlussreichweite Denn er ist gerade eben am E7 hier abgeprallt Nun denn Warte, ich will mit einnehmen Sehr schön Aber er ist aktuell echt unaufindbar Wo ist er denn? Hallo Da ist er Wenn er sich jetzt gut anstellt, könnte er prinzipiell noch zwei von uns umnieten Ich denke mal, der E7 ist dann gleich tot Oder auch nicht Schnell, der F-Team Mit zwei SP Sehr schön Ja, sehr schön Zwei Basen eingenommen Akzeptabel Schaden ausgeteilt Reif für 2154 Das ist gut Der hat hier natürlich Spartaner herkriegt Pyromane Leider keine in Brand stecken können Da gibt es 100.000 GD-Punkte für Was ich sehr schön finde Ach was ihr schön ist Ich fahre nochmal T95 Und wir T10 Yay Tourstern haben die Gegner Und einer T95 Das könnte mal spannend werden Okay Ich denke ich werde zu Basis C fahren Ne B Also ich fahre da garantiert nicht links lang Sorry man Da fahre ich nicht mit lang Viel zu viel Hügel Nein, nein Mein Zuständigkeitsgebiet ist Die Stadt Was die Verbündeten aber irgendwie nicht so sehen Die 7 kommt mit Der Rest fährt da hinten lang Geben seine Meinung Ganz ehrlich Der kann doch nicht erst so von mir erwarten Von mir ein Panzer Der eine Höchstgeschwindigkeit von 16 hat Dass ich da mit hinten rumfahre Bis ich da angekommen bin Ist Weihnachten Ne, ne Sorry Da kann ich mir jetzt ja doch besser verschwinden Gut Wir haben da hinten ein AMX Und ein Zerturian Uh Kein Rums Es ist auf Volles Risiko Aber ich fahre mal rüber Oh Gleich gibt es hier das Duell der Großen Genau das wollte ich eigentlich vermeiden Wäre ich schön Könnte man die T95 beseitigen Aber Wir werden sehen Oh weh, oh weh Hallo Scheiße Moment Moment verpasst Der T95 ist auch überall die Berge Aber das sieht nicht so gut aus Dann könnte ich mir zumindest Basis C Und fahre gleich ohne Scheiß rückwärtsdenten hin Nicht dass mir der Torstand mit Hash 1 in den Reinschließt Das lustige ist von meiner Meinung her gesehen Ist der T95 rückwärts gesehen eigentlich gar nicht mal so langsam Der schafft 10 rückwärts Aber nur 13 Äh die gleich war aber nur Kaum 15 Vorwärts Das ist irgendwie Lächerlich Äh da 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 Kein Rums Dann da ich mich jetzt hier wohl mit dem T95 prübeln Schönes Ding Irgendwie hab ich das Gefühl Dass der Armix was gegen mich hat Ich wusste es Ich wusste es ey Naja Jammer wird anders voll Zack Eine unserer Ketten wurde getroffen Das muss nicht Ich hatte gehofft ich könnte ihn hochjagen Ich soll ihn anzünden Nicht du mich Heiliges Kanonenrohr Dreh dich Dreh dich Dreh dich Dreh dich Dreh dich Nee 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 So gut ist dann Der Schlag dann doch wieder nicht Mein armer Benzintank Scheiße man Aber bei sich gar nicht mal so schlecht Nö an sich gar nicht mal so schlecht Unser starker Krieger hier hat natürlich hier den meisten Teamschaden gemacht Der Dank dem waren wir wirklich so richtig nah am Sieg dran Also ich könnte mir gar nicht vorstellen was wir ohne den Armix zu viel sich gemacht hatten Wahrscheinlich wären wir schon gleich am Anfang abgeschlossen worden Ja Na Nicht lang lässt es dann Weiter geht's Oasenpalm Ich hab hier mal wieder Den Anfang des Gefechts Was wird das? Oas wird das? Also die zusätzliche Motorlastung, die du mir gibst, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oh, Abix. Ja, warte, ich will dich jetzt hier nicht blockieren. So. Aha. Aber ich habe sowieso daneben geschossen, also ist da jetzt auch egal. Okay. Mein Fahrer, mein Fahrer, mein verdammter Fahrer. Jo, meine Kette. Ich muss sagen, ich habe die Schnauze voll von dir da hinten. Da. Sorry, ich fahre schon zurück. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Yes. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Oh, Gegner von rechts. Schöneres Ding. Look out. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber war das keine Herrschaft? Achso, nee, war keine Herrschaft. Okay, das erklärt einige. Ja, Begegnungsgefecht. Okay. Genug. T95 dann jetzt für das Erste. Genau. Keine weiteren Fragen. Okay. A-MX-500. Die habe ich jetzt auch das neue Geschütz eingebaut, also macht dies ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Durchschlag. Hat allerdings immer noch eine so ersetzliche Nachleideszeit. Aber langsam gewöhne ich mich an ihn. Ich habe auch schon fast 3000 Schaden mit ihm gemacht. Aber wenn man das Richtige, also wenn man hier die Richtige Position kriegt und so dann, ja, dann kann er auch schon ziemlich gut sein. Blöd ist es halt nur, wenn man in so einen Häuserkampf reingerät, wo man dauernd angegriffen wird. Dann ist so ein Magazin natürlich eher von Nachteil. Und wenn man so die Rolle eines Unterstützes einnimmt, dann kann der nicht gut sein. Nun denn, also wir haben KV4, Tiger 2 und M4-540. Können uns hier begegnen, wenn die schweren Pfeilste auch hier langfahren. Gut, Feuer bereit. Ja, los, komm's. Den Bug müsste Wargaming nicht mal beheben, oder? Es müsste ihnen wer sagen, dass hier die Kakteen nicht umfallen, sondern verschwinden, wenn man gegen sie fährt. Ist ja auf anderen Karten nicht so. Schlauze. Komm mit da hinten, aber ansonsten ist ja auch die Position der ganzen Pfeilpanz unbekannt. Was mir so ein bisschen gegen den Strich geht. Da haben wir ihn wieder. Nun ja. Hallo. Aua. Abpralle mit dem Arm X, dass ich das auch erleben darf. Okay, ich wechsle meine Position, so lange lade ich nach. Dann helfen wir mal hier hinten. Was ist gerade passiert? Jemand soll es mir sagen, ich weiß gar nicht, was passiert ist. So. Ausgleich, ein 7er abgeschossen. Yay. Da kommt IS-6, komm mal in Deckung hier. Nicht? Oder nicht? Oder nicht? Oh, sorry. Schönes Ding. Er hätte mich hier doch jetzt ziemlich schuldig geführt, wenn er meinetwegen verfehlt hätte. Ich wollte ihm eigentlich nur was Gutes tun und ihn anschieben. Hallo, Tiger. Schönes Ding. Und wir fahren hoch. Ja, jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Zack. Zack. Stürme, nicht ruhig arbeite. Yay. 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 Jetzt können wir wieder lang nachladen. Noch 15, noch 14, noch 13. Mit jedem anderen Panzer hätte ich schon lange angegriffen und richtig viel Schaden gemacht. Ja, das stimmt. Nur mit dem hier halt nicht. Einer. Okay. 1.942 ist gut. Ist gut. Hat er auch ordentlich Schaden gemacht. Ach, ich habe fast 3.000 Schaden gemacht. Ist gut. Aber ich denke, das Gefühl lohnt sich jetzt nicht. Okay. Okay. Du hast doch einen in der Marmel. Okay. Alles gesund. Ich danke jetzt nicht mehr. Wir sehen uns in einer Woche wieder mit World of Things Blitz. Und bis dahin. Euer Grau Straf, Omer Kalle.